In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man bei einem Würfel eine Umkehraufgabe bei gegebenen Volumen berechnet. Schauen wir uns zuerst die Angabe an. Es ist ein Würfel gegeben mit einem Volumen von 343 cm³. Besucht sind einerseits die Kantenlänge A und dann in einem zweiten Schritt die Oberfläche O. So, bevor wir mit der Berechnung beginnen, überlegen wir uns die geeignete Vorgangsweise. Wir beginnen bei einer Umkehraufgabe immer mit der Formel, von der wir das Ergebnis wissen. Hier ist das Volumen gegeben. Jede Formel ist eine Gleichung, daher können wir dann in diese Formel die Zahlen einsetzen und auf die gesuchte Größe umformen. Das machen wir jetzt im zweiten Schritt, wenn wir die Kantenlänge A berechnen. Zuerst schreiben wir die Formel für das Volumen des Würfels auf. Sie lautet V ist gleich A hoch 3. Dann setzen wir für das V die gegebene Zahl 343 ein. Die rechte Seite schreiben wir wieder hin, so wie vorher. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir A alleine stellen, weil es steht ja hier A hoch 3. Das A hoch 3 bekommen wir mit dem Gegenteil weg. Das Gegenteil von hoch 3 ist die dritte Wurzel. Da wir eine Gleichung haben, ziehen wir auf beiden Seiten die dritte Wurzel. Wenn wir von der Zahl 343 die dritte Wurzel ziehen, bekommen wir als Ergebnis 7. Und die dritte Wurzel und A hoch 3 heben sich auf, das heißt das A bleibt übrig. Daraus schließen wir, klein a ist 7 cm. Im nächsten Schritt berechnen wir die Oberfläche. Hier gehen wir ganz normal vor. Wir schreiben die Formel für die Oberfläche eines Würfels auf. Sie lautet 6 mal A Quadrat. Ein Würfel besteht aus 6 Quadraten. Dann setzen wir für das A die vorher bedechnete Größe 7 cm ein. Und berechnen dann 6 mal 7 zum Quadrat. Das ergibt eine Oberfläche von 294 Quadratzentimeter. Wie immer beschließen wir die Aufgabe mit einem Antwortsatz. Diese lautet, die Kantenlänge des Würfels beträgt 7 cm und seine Oberfläche beträgt 294 Quadratzentimeter. Das war die Berechnung eines Würfels bei gegebenen Volumen.